Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich musste blöderweise oder bedauerlicherweise ein Neuspiel starten, weil die es einfach in dem vorherigen Spiel stand, nicht geschafft haben, irgendwie vernünftig hier wieder rüber zu kommen. Ich würde sagen, die Waffe steckt mir immer ein, ohne dass wir kurz vor dem Verrecken sind. Moin, ask about, who are you, where is the Inn, Temple, Equipment Store, Manchester Palace, City State, Nearest Inn, Nearest Inn, what's a bit west up here, I am full of it, west, okay, west is the east, West. Ja, wir müssen irgendwie unser Leben wieder aufladen. Ich hoffe, das ist eine Taverne. Ich hoffe, das ist eine Taverne. Ich würde gerne wissen, wo eine Taverne ist. Oder so weiter. Where is... Where is... Devil's Giants, Green Dagger, Green Golem, Restless Castle, Rusty, White Golem, Ne. Okay. Where is... Where is... Tempel, eh... And vielleicht, eh, Tempel. That's the worst of the last time I checked. Okay. Das hier vielleicht. Vermute ich. Ne, das ist ein Irrgarten. In Irrgarten holen wir jetzt noch nicht rein. Oh, das sieht doch was aus wo wir rein können. Jo, da können wir rein. Okay. You enter the practical subway store, rubbing your hands together to warm them from the shoulder. Many items of interest hang in the halls of art displayed in the escape case in front of the floor. Okay. See, praise, 2,7, 3, Let us get a D foreground, etc. Ah, baffler ist trüßend. Ja. Oh, ich könnte fixe das Brotspot. Das kann ich 7 Tage nehmen. Das ist ein Brotspot mehr. Wir müssten aber noch geben, was wir unterhalten haben. Okay, nur den Rolls-Roll. Oh, besser. Dann nenne ich das mal jetzt. Okay, dann können wir nichts mitnehmen. Ja, gehen wir wieder raus. Oh, das Spiel ist jetzt abgestürzt. Vorne selber speichere ich nochmal. So, und Enter. Wo unser Leben singt. Da unten in der Taverne. Irgendwas, wo ich mein Leben heilen kann. Ist das ein Tempel? Oder sagt mir, dass es ein Tempel ist. Gold, dark clouds hang over the order of the nights of hope. But within you find, all is bright and warm. Glowing clouds of perfumed incense greet the head of your breath. Das ist ein Tempel. Da ist jemand. Bitte, bitte sag mir, du kannst mich heilen. Interessante Animation auf jeden Fall. Ja, wir sind geheilt. Okay. 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 Dann gehen wir wieder mal raus. So. Wo sind wir genau? Hier. Äh. Pfeilen. Ja. So merken wir uns das. So. So. Haben wir hier irgendwas in den Kiezen? Mein Lockbuch ist empty. Okay. Hier ist eine Taverne. Moin. Who are you? We haven't met half of me. I am Seren Seren. Zeronsen. The Squire. I carry my master's armor and weapons when he is not using them. Okay. Excellent. Moin. Who are you? Hmm. They call me Hanina Fugginsen. The Inter- Interpreter. Was echt schwer zu lesen. I have been recently hired to do translations for various temples. You enter the order of the golden tomb, hoping that your spirits can be lifted on this cold, overcast day. You can hear chanting on the distance. Okay. Huh? Let's kill it. Okay. 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 Aber interessanter Tempel. Ich will jetzt aber wissen, wo es zur nächsten Quest geht. Da hängen geblieben. Da geht es nicht weiter. Haben wir dich von hier? Von hier. Hier geht es raus. Da haben wir wieder den Waffenladen. Den kriegen wir uns auf. Waffen. Wie viel Gold haben wir? Gold 184. Gehen wir mal rein kaufen und ein bisschen Rüstung. Ja, das geht los. Ja, das geht los. Moins in. Oh, 25. Amma. Wir haben im Garten. Ja. Ja. Und ganz langsam. In hell. Das ist ja auch schon, ich möchte ja auch. Zettel. Ja, das glaube ich nicht. Ja. Ja. Aha, das ist ja auch schon. Vielen Dank. Ja. Uh, Wolltie. 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 Schauen wir uns das mal an. Wir sind der Leder an der Rippa. Jo, was hat es wieder? Aber ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier sind wir übrigens auch im Bereich Corrigate oder Reach Corrigate. Keine Ahnung, wie das richtig ausgesprochen wird, weil wir einen neuen Spiel gestartet haben. Ähm. 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 Tempel in. Halles. Halles. Ähm. 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 Äh. Ähm. 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 Ahnung, wo hin und ziehen wir die Möglichkeit in die, weiter raus, bis dabei zu suchen. Gehen wir mal nochmal wieder rein. Weil ich aktuell noch keine Ahnung, wo hin. Oh, jetzt hat es wieder. Ah, ja. Das war der Ausgang. Moin. Hm, LLS. Äh, das ist ein bisschen west von hier, ich bin sicher. Okay. Beste. Ja, vermutlich ist er das hier. Keine Ahnung, wirklich. Oder sagst du dir gleich das? Das war so kompliziert. Nur zum Palast. Westen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen nach Westen. Wir sind wieder an der Stadtmauern. Natürlich. Oder ist das jetzt auf Palast? Nee, das ist die... Hä? Ja. 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 Wir finden, dass die Intrarier ist, wo er liegt. Und wir haben uns in der Stadtmauern. Also in der Stadtmauern. und es ist currently in der T-T-T-Sitz-Neibber. A-grand-de-Lich. Was ist das? Ich meine, was ist das? Dr. König? Moin! Du callest dich Machios, ist das richtig? Well, all I can say is that we have had trouble with another young Mark und ich glaube, es ist ein paar Tage zu beventet, es wäre eine gute Idee, um zu bleiben, weil du bist. Okay, wir haben Probleme mit anderen Marks. Das ist der Warte. Okay. Ich hoffe, ich schiebe ihn ja gut. Mal wieder raus. Aber wir haben Palast gefunden. So, machen wir hier so. Palast. Enter. Wir wissen ja, wo Palast ist. Was? Select Target for... Hilfe Ring? Ich glaube, keine Ahnung von der Quest. Na, wie? Hä? Digga! Was? Was? Kann doch nichts sein. Ich habe doch nichts gemacht. Warum greift er mich an? Snow. So, probar Heil nochmal. Heil war hier. Wir müssen jetzt noch... Genau, hier war Heil. Hier war... Hier war Heil. Muss man. Muss man... Jajaja. Gehen wir vor. Oh... Hier, da, immer wieder. So, dann würde ich sagen, speichern wir jetzt mal eben einmal. Zumindest mit voller Gesundheit. Weiter machen. Da hat man so in den oberen Waffen noch mal. Da hinten, hier, Waffen. Genau. Kennt ihr auch schon mal. Und... Warten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 3G1-Subs 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 4G1-Subs 3G1-Subs 2G1-Subs 3G1-Subs 3G1-Subs 5G1-Subs 2G1-Subs Okay, okay. So. Jupp. Dann speichern wir noch einmal. Moin. Rumors. Was heißt das? General of Warg. Warg. You know the Green Dagger just south of here. Well, there is a rather mysterious figure called India there. Talking to people about escorting some family member right here in Ridge Corrigate. I look into it. I look into it. Ludlich von hier hat sie gedacht. Ludlich von hier gibt es Arbeit. Huh? Moin. Who are you? You do not know? I am only Sarah Asgarsson. One of the personal priests of Lord Torvald. You must be new to Torvald. Where is... Where is... Temple Equipment is there. Matches in Palace. City is... Newest in. Newest in. Newest in. Ne. Uh... Oh... Ich brauche keine Magiergilde. Ich brauche so etwas mit der Quest weiter zu kommen. Äh, einen. Ich würde sagen, dann beenden wir mal für heute die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich beende auch erstmal die Aufnahmesession, was das hier angeht. War irgendwie stressig genutzt rauszufinden, wie man überhaupt erstmal aus dem ersten Dungeon rauskommt. Und wie ich auch gemerkt habe, man muss ziemlich oft zu speichern, weil man sonst drauf geht und so weiter. Wir werden so oft speichern müssen in dem Spiel. Und ja, wir müssen irgendwie ausfinden, wie wir hier mit der Quest weiter rankommen. Und das werde ich zur nächsten Aufnahmesession definitiv machen, weil es ist schon eine ordentliche Herausforderung. Also, ja, noch bin ich planlos. Das Spiel ist auch um 28 Jahre alt. Damals war das nur so. Und dann müsste man für alles noch seinen eigenen Kopf einschalten. Das sind wir heutzutage allesamt ja nicht mehr gewöhnt, weil wir schon irgendwie doch allesamt wohl in der Hand genommen werden und so zeigen, so, das ist deine Aufgabe, das musst du jetzt machen. Und hier bin ich ja erstmal noch komplett auf mich allein gestellt und hab auch gar keine Sicht um die Welt, da muss ich auch schauen, dass ich das vielleicht mal irgendwie durch ein paar Mods oder so ausbessern kann. Steuerung ist auch gewöhnungsbedürftig, also, ja, denn ich muss mit den Pfeiltasten, nicht mit BASD, mit den Pfeiltasten gesteuern und die ganze Zeit zum Camping. Ich hab keine Ahnung, wo die Dinger hier da alle sind, was das hier ist. So, ähm, wie ich die, die Map ist auch richtig unübersichtlich und so. Deswegen, das wird, äh, ich sag mal, ein anstrengendes Let's Play. Ich glaube nicht nur für euch als Zuschauer, sondern auch für mich als Spieler, der das spielt, weil ich hier absolut gar keine Ahnung habe. Deswegen, werden wir uns hier trotzdem durchkämpfen. Ich hoffe, wir werden auch noch trotzdem noch Spaß dran haben, Spaß dran finden. Und ich würde zugehend wirklich auch selber mehr über die Lore von Elder Scrolls erfahren, sogar persönlich hier, äh, mit euch gemeinsam spielen. Und hoffen, dass, äh, auch wenn es, äh, momentan noch keine deutsche Textausgabe gibt, ähm, was zu schaffen, das irgendwie noch halbwegs zu verstehen. Ähm, ich versuchte es so, naja, okay, ich bin auch echt scheiße, was das, äh, übersetzen angeht von Englisch. Ich hoffe, ich werde es mein Bestes geben in den zukünftigen Folgen. Ich habe das bisher jetzt, glaube ich, nur vorgelesen, ähm, aber die Aufnahmen wenden für heute mal. Und, äh, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Leos und ciao. Ich bin's, euer Max Leos und ciao. Ich bin's, euer Max Leos und ciao. Ich bin's, euer Max Leos und ciao.